Walter Wild, in Spanien auch als Gualteri Wild bekannt, war ein englischer Fußballspieler und der erste Präsident des FC Barcelona. Ende des 19. Jahrhunderts war Wild, wie der gleichgesinnte Schweizer Hans Gamper, zum Fußballspielen nach Barcelona gekommen. Jedoch fanden beide als Ausländer keinen Verein, da die wenigen existierenden Vereine meist nur katalanische Spieler akzeptierten. Infolgedessen gab Gamper in der Zeitung Los Depotes eine Anzeige auf. In der er alle Fußballinteressierten zu einer Vereinsgründung in die Turnhalle Sohle einlud. Wild war einer von den zwölf Personen, die am 29. November 1899 in der Turnhalle Sohle ein Treffen zur Gründung des FC Barcelona abhielten. Da Wild, der als wohlhabender und vielseitiger Geschäftsmann galt, der älteste Anwesende war, wurde er von den anderen zum ersten Präsidenten des Vereins bestimmt. Erster Kapitän der Mannschaft wurde Gründer Hans Gamper. Doch auch Wild war in erster Linie Fußballspieler, der in zehn Spielen des FC Barcelona mitwirkte, inklusive des allerersten Spiels. Darüber hinaus machte es Wild keine Probleme, seine Wohnung in der Carré Princesa als Ort für Vereinskonferenzen anzubieten. Eine der wichtigsten Errungenschaften unter Wild war, dass er Barca beim Hotel Carsanovas seine erste eigene Heimstätte verschaffte. In seiner 513-tägigen Amtszeit als Präsident, die am 13. Dezember 1899 begann, wurde Wild insgesamt dreimal wiedergewählt. Am 25. April 1901 gab Wild sein Präsidentenamt auf, da er nach Großbritannien zurückkehren musste. Am selben Tag wurde Wild zum Ehrenmitglied des Clubs ernannt. In den darauffolgenden Jahren verfolgte er die Entwicklung des Clubs, an der er maßgeblich beteiligt war. Nur noch wenig und war als Gast bei der 50-Jahr-Feier umso mehr überrascht, wie sehr der Club, mittlerweile etwa 25.000 Mitglieder besitzend, gewachsen war. Untertitelung des ZDF, 2020